Who's that Pokemon? It's Pokéminati Alle zwei, drei Wochen mal so ein Update, was es für neue Sachen gibt Zum Beispiel eben jetzt hier das Merchandise von den Weltmeisterschaften Weil ich fand die tatsächlich ganz cool, die Playmans Aber leider Gottes gar keine Chance irgendwie, dass sie da dran kommen Wahrscheinlich nur in 100 Volume Pokémon Center So sieht's aus und das ist halt schon ekelhaft Aber guck mal, die Sleeves sind auch voll geil, also die Pins voll cool So, Deckboxi Die sehen richtig gut aus Die sind schon nice Ja, Pokémon Center Also der Simon, ne, der öfters mal da ist Das Schwerde durchschnittliche Kreuze so Ähm, der öfters mal da ist, der hat uns erzählt, dass er da nen Trick kennt, wie er da trotzdem bestellen kann Aber den verrate ich jetzt an Normalerweise nicht nach der Geburt fahren, ne? Den verrate ich jetzt an Hier, ne, zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest Dein Anglerhut gibt's ja auch Masabal Schönes Strandhanto wahrscheinlich Passt in zu Honolulu Aber wirklich cool, ne? Alola, Kokowai mit Aloha Das ist schon Bettwäsche Bettwäsche, ne? Sicher? Ich weiss In der Playman sieht das aus So riesig? Ne, guck mal die Ende doch hier Sieht nur so groß aus Kann sein Aber das dahinter war die Bettwäsche Das kann sein, ne? Ist hier ein Duren-Zone? Ne, was ist das? Ein Duren-Garde Ist aber nicht die Weiterentwicklung, gell? Dann weiß ich es nicht Aber fancy star auf jeden Fall Was ist denn das? Würfelset, ne? Würfelset, ne? Oh, 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 oh Not bad Aber hier gibt's noch in groß Hier gibt's noch in groß Sleeves, ne? Ah, da kommt's Würfelset Guck mal Ist aber schön, ne? Das ist richtig schön Ah Ich glaub das sind sogar so goldene Marken für Verbrennung und für Vergifte Mhm Also sie sehen golden aus, ob sie wirklich golden sind Muss ich mal reinbeißen Deckbox Schlüsselanhänger Playmat Boah, mit dem Playstamp drauf Will man immer haben Kriege bestimmt die Teilnehmer, he? Ja, oder im Pokémon Center hat man zu kaufen Mit einem Playstamp Ich glaub Playstamp Produkte kriegst du gar nicht zu kaufen, so Außer, ne? Auf Ebay und so Wie viele Tage möchten wir auch? Was sind die Stimmung hier? Was haben wir hier noch was für ein Look? An den Skateboard Skateboard Das ist Fall immer so, dass da Okay, nicht immer so, aber da ist meistens immer auch ein Skateboard dabei Bei den Pokémon Center Wobei ich jetzt nicht weiß, ob es nur bei den Worlds so ist Oder ob generell jedes Pokémon Center sein eigenes Skateboard hat Echt? Mhm Krass Ähm Was wir natürlich auch jedes Jahr irgendwie haben Weil du jetzt sagst, das ist jedes Jahr irgendwie so Jedes Jahr gibt's eine McDonalds Aktion Und die soll jetzt auch wieder kommen Und zwar Ende 2024 bis Januar 2025 Kann sein, dass ihr bei uns einmal früher stattfindet Hatten wir jetzt auch schon gehabt Ähm, ich glaub das War das Celebrations, bis früher kam oder das Das weiß ich jetzt nicht mehr Das weiß ich auch nicht bei den McDonalds Aber es gab auf jeden Fall eine Serie, die bei uns ein bisschen früher am Start war Leider Gottes auch wieder die ganze McDonalds Betreiber im Vorfeld schön die Cardonnage verkauft Weißt du, Pokémon dieses Jahr irgendwas dagegen gemacht Das war alles sehr beliebt hier Da war der riesen Hype weh Äh, Jubiläumsset natürlich Da hab ich tatsächlich auch gestartet Mhm Zu sammeln Davor nicht Da ging's jetzt, ne War jetzt auch nicht so die Also klar Pikachu und Victini vielleicht Vokano noch Aber der, ok, Lapas war noch cool Aber der Rest, ja Bei, ähm, Boutz auch noch ein Liebling ist tatsächlich bei den Startern Ja, aber vom, äh, Hype-Auslöser sag ich jetzt mal ist halt eher Pikachu, Mew, Mewtwo, Evoli, Gluvork Ja, genau Und das war ja das Letzte jetzt Mit den neuen Startern Daher mal gespannt was da rauskommt Haben die noch irgendwelche Spekulationen? Ne Einfach nur, dass es dann stattfindet So, dann hab ich noch was Stellar Krone Produkt Und zwar Die Ultra Premium Kollektion Gibt's auch für Stellar Krone Das ist bis jetzt bekannt, was drin ist Also drei Promos, spekulativ Sind's die drei Bei der Karte wird sich jemand freuen Ja Der Matzefummel Matze Und die wird erscheinen Warte mal, hab ich jetzt noch nicht gelesen gehabt Wird erscheinen, weiß man jetzt nicht genau Aber die Würfel sind echt cool Ich glaub das sind so So Kristallwürfel Aber auch so sechs kann sind sie Ja, ja Sind ja eh nur Schadensmagen Deswegen beeinflusst das jetzt nicht beim Würfeln Achso, ich hab jetzt was gesehen Ich dachte das sind normale Würfel Ich dachte Dann hab ich's falsch gesehen Ja ne Aber die Schadensmagen Würfel sind ja eigentlich auch Würfel Das ist ja richtig Aber ich denke halt Wenn du jetzt zum Beispiel Kopf oder Zahn würfelst Und du hast so ein Sechskant Würfel Dann wär's ein bisschen Weißt du ob das so Turnier-Legit wär? Ne tatsächlich nicht so Genau Und drin sind 18 Booster Packs 3 Promos 8 Voil Cracked Ice Terror Crystal Basic Energiekarte Auch nicht schlecht Playmate Deckbox Metallic Coin Damage Counter Dice Genau 2 Plastic Condition Markers Ja gut die Branchezeit unbedingt Ohne Code Karte Schätzungsweise wird's ja auch wieder um die 160 Kosten schätze ich Also das ist spekulativ November steht hier November Kunal Expected November Aber die letzte UPK ist ja auch ein bisschen länger her jetzt Ja ja und das ist ja aber vor allem eine UPK zu einem normalen Set Ja So wie bei Kluak Das Kluak haben wir auch einfach reingeschoben Aber der ist natürlich jetzt trotzdem auf Stellar Krone gemünzt Ja das siehst du ja auch Durch die Das sieht man Wobei Man wir jetzt auch Wir wissen jetzt auch nicht ob da jetzt nur Stellar Ne ne wird gemischt sein definitiv Ja Also die Booster Auswahl ist auch noch nicht bekannt deswegen Dann genauso wie bei der Kluak UPK Bei Kluak UPK waren ja sogar Drachenwandel noch drin ne Genau Wild So eine Ding habe ich noch und zwar Play Serie 5 Gibt's jetzt ab nächster Woche und zwar Also wenn es wieder rauskommt wahrscheinlich dann Ja 15er Ich denke ich hau das Video einfach mal so aus Weil New soll eigentlich recht neu rauskommen sonst ist es ein bisschen Powering So ähm Preis Packs Serie 5 siehst du die sind schon mal safe Es gibt auch eine Kartenliste Also auch anhand der Kartenliste es werden sehr sehr spielstarke Karten rauskommen Ja Es gibt aber auch teure Karten wie zum Beispiel das Irrengefäß was ja eigentlich eine normale Common Karte ist Aber der Preis ist relativ hoch für eine Common Karte ich glaube bei 3 Euro momentan Kann ich dir gar nicht so genau sagen tatsächlich Ich meine bei 3 Euro pro Karte Und wahrscheinlich dank der Preis Packs wird der Preis auch wieder runter gehen bei diesen Irrengefäßen Weil man die auch öfter durch die Preis Packs zieht Das Ding ist halt nur als Info ne So ein Preis Pack gibt's wenn du zum Beispiel bei einem Liga Treffen teilnimmst Wenn du bei einem bei uns zum Beispiel Liga Challenge mit spielst Kannst du die gewinnen wenn du Punkte sammelst Wenn du zum Beispiel Prelease mit machst gibt es die bei uns auch Ähm haben wir sogar jetzt ich glaube 31.8er müsste das sein Und 6.9er und 7.9er sind auch Prelease Turniere Und eben am Freitag jetzt diese Woche Honolulu Spezial Event Da wird's bestimmt das ein oder andere Preispack auch geben Die bis dahin dann die Preistricks Die nicht aber es könnte sein doch Könnte sein weil die am 15. kommen soll am Donnerstag offiziell Könnte sein dass die sogar schon am Freitag dann da sind Aber versprechen kann ich so nennen Fakt ist auf jeden Fall die dürfen nicht verkauft werden Also wir verkaufen die nicht Die werden zwar verkauft aber das ist von Pokémon überhaupt nicht gewünscht Weil das soll ja die spielende Community stärken Und finde ja auch ne gute Idee tatsächlich muss ich sagen So hier gibt es die Liste nochmal wenn ihr es in Ruhe angucken wollt Könnt ihr euch gerne das Video anhalten Also ich finde halt zum Beispiel das Mewtwo EX dabei ist noch ganz cool Das haben wir noch nicht gesehen Jirachi 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 Der reißt nicht gell Der reißt nicht Lohnt sich also hier nochmal Bilder dazu Hab ich ihn auch noch gefunden Zwar der English one aber Kann man es ja trotzdem mal reinziehen Und Astrena Cut Natürlich die begehrten Acebacks Ja Hellen Umhang Naja und erstklassiger Fänger ist auch drin Eigentlich die Acebacks die auch öfter gespielt werden sind ja da drin Krass So dann guck ich mal wenn es wieder rauskommt Ich hoffe euch hat es wieder gefallen Sadek ist jetzt wahrscheinlich öfter mal dabei Weil ich habe ihn gerne keller eingetauscht Ne natürlich nicht Aber schreibt es gerne in die Kommentare wie ihr es findet Dann machen wir ein bisschen öfter mal ein paar News Videos Dann callen wir mal rein in die Nummer wieder Dann würde ich sagen in diesem Sinne macht es gut Tschüss 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 Farber